größerer schlafraum für die mönche größere schlafraum für die kreaturen hühnerfarm steht alles steht alles macht das haben sie aber schnell frei gemacht hier könnte ich ein paar eisofrost fallen hinsetzen dann aber gut jetzt dringen wir erst mal etwas weiter vor weil hier hinter sind gefängnisse und so könnte ich doch erst erst mal frei legen bis zu dem kloster da oben ist es ja noch ein stück und ich glaube erst wenn ich kurz davor angekommen bin und erst wenn ich hier angekommen bin dann fängt der gegner an sich hier auszubreiten ja genau hier ist hier geht es glaube ich zum gegner und hier ist noch eine wand im weg bis wir dort mal hingekommen sind deswegen erst diese mönche einkaschen die zwei skelette die hier die gefangen halten aber vorher da die im skrat nichts zu tun haben können sie sich mal ein bisschen gold beschaffen ein troll wurde unglücklich weil er keinen platz zum schlafen hat man sucht immer einen schlafplatz türen sind gebaut wenn ich trainieren tor ist eingerissen dann nehme mal hier das gebiet ein ich gehe jetzt nur einen weg für den fall nämlich dass der gegner also wenn die vampire kommen dass sie auch nur einen weg zu nehmen haben und ich den mit fallen spicken kann und sie nicht irgendwo außen rum gehen hallo feinde ein mönch wurde unglücklich weil er sich in der gesellschaft von verhassten wesen befindet so nein du nicht du gehst die im saufen so sammelflagge dann könnt ihr hier mal gegen die bieger die da gerade kommen kämpfen so die sammelflagge wieder aus und drauf hauen äh Mist egal für skelette gibt es immer ersatz so einmal den mönch hier bitte einsacken die wachen sehr schön zahlentag äh die freute ich nicht die freute das geld hier so ich denke mal das reicht dann wieder für eine weile die schatzkammer hier unten ist nämlich auch schon wieder ziemlich voll aber ich gebe jetzt gleich mal etwas aus und zwar für eine eisentür dahinter der auslöserfalle und einen in die falle hier und hier in die fallen und eine auslöserfalle so dann diese ein unglücklicher ein unglücklicher ein unglücklicher nur noch drei skelette die können wir gleich mal die Tür hier einschlafen oh ein 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 das können wir gleich mal mit Brücken umrunden uns ein ihr habt eine gegnerische Brücke erobert ihr habt einen gegnerischen Raum erobert sehr schön äh mönch du interessierst mich nicht du interessierst mich auch nicht du interessierst mich du bist nämlich ein mönch und du musst bekehrt werden so dann mal gucken was ist dahinter ein teufler wurde unglücklich weil er nichts zu essen hat dann geh essen nein die hühnerfarben können wir nicht mehr besonders viel größer machen also effektiv größer machen deswegen werden wir die beiden Brücke schon ja tun sie dann so sind die beiden Portale ihr habt einen gegnerischen Raum erobert äh äh hauen wollte ich dich nicht unbedingt tut mir leid ein mönch wurde unglücklich weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet die Jungfrau schmollt wieder wahrscheinlich nein die besäuft sich dann werde ich würde sich auch gleich besaufen mein Casino ist immer noch zu klein na gut dann erweitern wir es noch in die Richtung etwas so ich denke mal meine Fallengänge nehmen langsam Form an so wir sollten aber trotzdem noch ein bisschen mehr hier setzen so well eine Folterkammer äh Goblins die haben eh nix zu tun außer im Casino Platz zu belegen euer Zauberspruch Symbiose wurde vermisst sehr gut volles Mana habe ich ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden jawoll neust du Gott sie hat eine gegnerische Folterkammer erobert was gibt es in dieser Richtung eigentlich noch ach ja hier ist dieser verwinkelte Raum dahinter gell ja ihr habt eine gegnerische Brücke erobert genau der Raum ist hier dahinter ach das reicht jetzt erstmal an Gold würde ich mal sagen das verschiffern wir noch rüber in die andere Schatzkammer und in mein Dungeon Herz so mein Dungeon Herz dürfte mittlerweile voll sein und die Schatzkammer ist auch fast voll gut äh da ist eine Falle die können mal meine Skelette ausschalten für sowas immer die Skelette nehmen weil die Goblins brauchen eine halbe Ewigkeit bis sie wieder zu Hause sind deswegen helfen wir denen mal gleich nach und schmeißen sie hier rein so das dürfte dann jetzt aber reichen fürs Casino sehr gut hier sind Teufler und Troll am Schaffen wie viele Arbeiter können wir eigentlich ihr habt eine gegnerische Brücke erobert hm nein du gehst nicht spielen du gehst arbeiten und ihr beide solltet auch erstmal arbeiten gehen dann habe ich nämlich die maximale Arbeiterschaft ausgelastet sobald sobald eigentlich wurde unglücklich weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut hier kannst du dann auch mal kurz weitermachen was befindet sich hinter der Tür eine Angstfalle hm hm jetzt frage ich schon mal an hier so an Ballungspunkten Wächterfallen zu platzieren hier und hier hier und hier da drüben eignet sich was eignet es sich eigentlich gut um Wächterfalle zu platzieren hm das wäre jetzt noch gleich aufgefallen so eine Auslöserfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut sehr schön also gucken wir mal weiter ok hier scheint sie in Richtung Kloster zu gehen eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich weil sie keinen Platz zum Schlafen hat warum verlieren die immer wieder ihre Schlafplätze euer Zauberspruch heilen wurde verbessert ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt ein Zauberer wurde unglücklich weil er nichts zu tun hat ein Zauberer der nichts zu tun hat der kann trainieren gehen äh äh also gut die Brücken hier sind ein Sicherheitsrisiko die gehören eingerissen von mir aus könnt ihr eben hier drüben alles einnehmen aber ja jetzt wollte ich gucken was gibt es hier äh äh nein das meiden wir die Tür ist tabu gucken wir jetzt mal hier weiter hier wollte ich doch weiter gucken also hier ist wieder ein Gang mit Gold nebenbei ne ich hab noch genug Gold was für Zauber habe ich hier eigentlich alle heilen oder freuen äh so gut wie geht es dann hier weiter hier oben hier oben scheinen Gegner zu sein was ist hier baut eine größere Hühnerfarm damit eure Geschöpfe immer gut genährt sind oh huhuhu da muss ich zuerst hin weil ich glaube ich glaube das ist so eine Art Verteidigungsfall für die ein Teufler wurde unglücklich weil er nichts zu essen hat ja das ist ein Verteidigungsfall fürs Kloster ok ok also gut komm ich da am besten hin hier hinten rum würde ich meinen also hier durchgraben ja Tatsache also aber nicht die Falle im Weg trotzdem hier kann ich entlang buddeln Mikroferkel fallen in euren Dungeon ein Vorsicht was es ist zahltag Mikroferkel fallen in meinen Dungeon ein ja die super tollen oh langsam geht mir das Geld aus das heißt es geht mir aus ich merke dass es langsam weniger wird deswegen schafft man ein neues ran und wer noch unglücklich im Augenblick nein die graben mir die Wand hier weg das kann eine Weile dauern aber soweit sieht das gut aus nur die Fallenkonstruktion könnte etwas schneller voran gehen das ist halt das Problem wenn man Teufler die Arbeit machen lässt die haben keine Weide die sind langsam und die sollen nicht trainieren das ist das macht dem der ist das das ist das das ist das ein wir Vielen Dank.